Mein Name ist Emma Stauber, ich bin 18 Jahre alt, ich mache aktuell meine Ausbildung bei Baumüller. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich mache meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Das Besondere an der Ausbildung ist, dass ich die vielen verschiedenen Abteilungen durchlaufe mit der Zeit und immer alle zwei, drei Monate wechsle. Und die verschiedenen Abteilungen sind sehr einzigartig. Jedoch kann ich mittlerweile schon nach einem Jahr erkennen, dass es immer mehr Schnittpunkte gibt und wie die Abteilungen untereinander eigentlich zusammenarbeiten. Die anderen Azubis aus den gewerblichen Bereichen und auch aus unserer IT sehe ich des Öfteren bei Team-Events und wir haben auch einen regelmäßigen Austausch, was gerade so Probleme sind oder wie es uns geht. Die Themen, die ich in der Berufsschule lerne, kann ich auch direkt praktisch in der Arbeit natürlich abteilungsbedingt anwenden. Und das hilft mir auch sehr viel in der Berufsschule weiter, weil ich dann direkt Verknüpfungen habe, wo ich weiß, ah, das habe ich bereits schon gemacht und das ist eindeutig ein großer Vorteil an der Ausbildung im Gegensatz zu nur Schule oder direktes Arbeiten, einfach weil ich diese Verknüpfungen habe. Das Team ist, was mir aufgefallen ist, dass jede Abteilung wie so eine kleine Familie ist. Jeder kümmert sich um den anderen. Du hast immer jemanden als Auszubilder, auf den du zugehen kannst. Auch wenn quasi deine zugeordnete Person gerade nicht ansprechbar ist, weißt du, du kannst immer zu den Kollegen gehen und sie sind für dich da. Ich darf mittlerweile auch eigene Projekte betreuen und darf auch Kollegen bei größeren Projekten unterstützen, was mich sehr glücklich macht, weil man als Auszubildende auch als vollwertiges Mitglied oder Kollegin gewertet wird. Und am Ende des Tages ist es toll, weil man dann darauf zurückschauen kann und wirklich eigene Dinge hat, wo man sagen kann, das habe ich erreicht. Bis zum nächsten Mal.